Hallo, ich bin's, der Stefan und ich möchte euch erklären, was das Wort Ironletics bedeutet. Ironletics ist eine Lebenseinstellung, die ich ins Leben gerufen habe und die bedeutet eigentlich, Iron bedeutet nicht, schwerer Training zu machen, sondern das bedeutet, eisern etwas für seinen Körper zu tun, jeden Tag. Sei es Training, etwas auf die Ernährung zu achten und den Geist freizubekommen vom Stress, das heißt, ein bisschen relaxen. Und wenn ihr einen Fitnessträger habt, wie ich habe jetzt zum Beispiel das Health Active, das sind drei Ringe, und wenn ihr diese drei Ringe jeden Tag schließt, dann seid ihr schon Ironletics Anhänger. Wichtig ist, dass man nach dem Sport, man muss nicht ganz schweren, harten Sport machen, sondern so wie es einem gut tut. Ich mache zum Beispiel so eine Mischung aus ein bisschen Kraft-Ausdauertraining. Ich mache Sit-Ups, ich mache Liegestütze, ich gehe Powerwalken, ich gehe Radfahren, ich gehe Kajakfahren, Stand-Up Paddling und das in einer guten Mischung. Und was ganz wichtig ist, muss ich euch nahelegen, dehnt euren Körper sorgfältig aus. Da gibt es wunderbare Anleitungen bei YouTube. Ich hatte zum Beispiel durchs Radfahren Schmerzen in den Schultern und in den Kniegelenken. In beiden Seiten konnte ich fast keine Treppen mehr laufen, weil ich eben das Dehnen vernachlässigt habe. Dann habe ich im Internet, bei YouTube nachgesehen, was man machen kann. Ich habe das fürchtgezogen, 14 Tage, Schmerzen komplett frei und jetzt jeden Tag wird gedehnt nach dem Sport. Ich hoffe, ich habe euch helfen können und bleibt dran, eisern, jeden Tag etwas für seinen Körper zu tun, hilft im Alter beweglich und fit zu bleiben. Tschüss.